Optik Grünberg im Kaufpark Alt-Erla. Ihr Augenoptiker mit der persönlichen Note. Ihre neue Brille ist Ihr neuer Begleiter. Entsprechend wichtig ist die Qualität und die richtige Passform. Unser Fokus liegt in der persönlichen individuellen Beratung, von der richtigen Brille und Gläsern. Gemeinsam finden wir eine moderne Fassung und die dazu passenden Gläser. Wir passen Ihre Kontaktlinsen individuell für Sie an und betreuen Sie anschließend gerne weiter. Bei Optik Grünberg erwartet Sie eine umfangreiche Kollektion an Fassungen, Gläsern, Brillen und schicke modische Sonnenbrillen sowie Kontaktlinsen in bester Markenqualität und natürlich zu vernünftigen Preisen. Sie finden bei uns alles für die Pflege und Reinigung Ihres Sehbehelfs. Wir bieten Ihnen ein hohes Maß an Service und Know-how sowie ein fachkundiges Auge. Bei Optik Grünberg läuft die Brille nicht vom Band, sondern wird noch vom Meisterhand gefertigt und kontrolliert. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sollten Sie nicht gut zu Fuß sein, besuchen wir Sie auch gerne zu Hause in Alt Erla. Optik Grünberg finden Sie im Kaufpark Alt Erla. Anton Baumgartner Straße 44, Top 29 in 1230 Wien.